Los, los, los! Hallo ihr Lieben! Hallo! Willkommen zu eurem neuen Video. Miley ist hinter der Kamera. Die will zuschauen. Robert ist auf eine Idee gekommen. Er will mit mir Tortenwettessen machen. Und zwar ohne Hände. Also ihr könnt euch vorstellen, wie man da nachher ausschaut. Wie man da nachher ausschaut. Ich würde sagen, wir reden gar nicht viel. Bevor mir der Appetit hierfür geht, fangen wir an. Also ohne Hände. Eine Erdbeer Sahnetorte haben wir auf jeden Fall. Ja, Finger reich von meiner Torte. Okay. Auf die Plätze, fertig, go! Los Papa, das schaffst du! Ich glaube, wie viel schon Papa gegessen hat. Los, Mama! Los! Das schaffst du! Ich liebe es heute, aber schon will. Los, Mama! Schau! Los, los, los! Los! Ah! Los, ess, Mama! Nein, du kommst schon in die Kamera. Los, ess die Seite zuerst! Ja, das und das. Oh Gott! Wir essen das Hunde. Los! Aber gar nicht mehr. Los, Mama! Komm doch! Das schaffst du! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hau mich wieder so! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, du verlierst! Oh! Komm nicht mehr! Ich kann mal Zeit lassen! Was? Möchtest du los? Ah! Ich schau gar nicht, wie immer das ist! Was machst du? Ich sagst gar nicht, ich kann mal Zeit lassen. Darf ich auch noch mal versinken, dann? Ich hab's mir anders... Komm, schlägt der gerne ab. Die will nur den Boden nicht essen. Was hab ich schon gewonnen? Was soll ich jetzt hier weiter essen? Der will mich hier noch tritzen, hey. Das ist so langweilig gegen dich. Ich hätte es geschafft, aber du hast schon größere Brocken in den Mund genommen. Ich hab's jetzt hoch im Maul. Muss man trotzdem erstmal runterkriegen. Also Milay haben wir nicht mitmachen lassen, weil es wäre nicht fair gewesen, die Torte ist groß. Da hätte man eine halbe machen müssen, außerdem wollte sie nicht so richtig gehen, Milay. Jetzt weiß ich aber, jetzt geht's nicht mehr. Und der Cian hasst Zahnetorte, der muss sonst brechen wahrscheinlich. Und Hakan wollte ich, gell? Du wolltest gegen den Hakan machen? Ich wollte eigentlich gegen den Hakan, weil da wär's spannender geworden, der sagt, oh nein, keine Zahnetorte, meine Figur. Oh mein Gott. Und was ist mit meiner Figur? Meine Figur ist echt kein Mensch. Ich mach alles für euch. Ja, ich wusste schon, dass ich gewinne. Nee, ich hab mal gemeint, beim Essen bin ich immer schnell. Okay, also meine Lieben, das war unsere Torten-Challenge. Also ich hab gewonnen. Haben ja einfach so erfunden. Mal was anderes. So eingefallen, das gibt's bestimmt auch schon. Aber ich hab's nicht gesehen. Ist mir einfach so eingefallen, wir könnten mal ein Tortenwelle-Essen machen. Genau, nicht immer das Gleiche. Okay. So. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nicht vergessen, Milays Welt, meine Welt ist auch eure Welt. Okay. Wir sind hier bei Family Fun, aber macht nichts. Tschau. Tschau.